My name is Justin. This is how I go. Justin Bieber erobert die Lienband in 3D. Never Say Never zeigt, wie es jungen Musiktalent zu einem Star wollte. Willst du den Film von Justin noch vor Kino-Start sehen? Dann holen wir jetzt Tickets für die Nickelodeon-Premiere am 16. März. Den Wettbewerb gibt es auf nick.ch Das war's für heute.